Oder um heftige Angriffe auszutauschen. Oh! Au! Du wartest, bis du dran bist, du plopst. Und du auch! Fertig? Ich wollte eigentlich noch den Fat Cops bewundachten, weil der da ziemlich lustig rumhängt. Fertig! 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 die Reste der vierzehnten und dann kümmern wir uns um den Kettenturm überlebende Geräte, ah ich kann überlebende retten schau mal wie der da hockt das ist voll lustig wo ist jetzt der andere überlebende? da ist einer ist ja schon vollgegangen da unten, tötet ihn! Feuer! nein! ab einen ab einen um fallen auszuweichen ja ist ja komm schon! nett von dem, dass die dann die Bögen weggesteckt haben und jetzt die Füße herkommen ist natürlich gut warte, hat er ja gerade den Achilles-Move gemacht? was habe ich gerade gedrückt? warte, warte, was habe ich gerade gedrückt? los jetzt! geh nach! wir haben noch ein paar Männer zu retten! ja, Marie ne? vielleicht den, ich weiß nicht gut gut dann wir haben noch ein paar Männer zu retten das auf jeden Fall Speicherpunkt hast du nicht erwartet, Römer und deinem eigenen Kettenturm verschmettert ha 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 geh das jetzt her da war ja jetzt die Antwort das ist äh unser Captain Thomas, also der Römer Schiff auch nicht der ähm ah Ikena oder welche da auch so hi hum ne? up hey ha 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 Stell dich deinem Tod! Au! Ich mach alle! Stell dich deinem Tod! Also fertig. Ich brauch den Hyper an. Glücklich! Na du! So! Na das ist doch schon mal was, warte. Jetzt braucht es noch mehr Leben wieder. Ich hab jetzt über die Hälfte der Leute gerettet, aber ich... hier keine... Naja... Die werden wahrscheinlich irgendwie... Männer, hört mir zu! Unsere Flotte ist verstört! Das Ufer ist in Feindeshand! Unsere Männer sterben im Wasser! Wir müssen uns zurückziehen! Ja! Kein Mario? Tod! Tod! Er muss tot sein! Wie geht es zurück? Hab mir einen Sammelkorb! Keine Ahnung! Hat da niemand mit gerechnet? Die Vorzeiten stand nicht tot! Wieso waren die Tod? Wir bestanden tot! Los her! Wartet, bis ich den Befehl gebe! Sterb, Räuber! Sterb! Na gut, Männer! Tötet die Drogenschützen! Vorwärts! Hälte sie alle! Naja! 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 Sehr schön! Äh! Bein abgebremst! Ja! Naja! Wilst du doch mehr rein??? Da. Jaa! Show de Dwi! Ja, hört auf mich. So, jetzt da hoch. Ui. Okay, einer hat mich getroffen und ich bin tot. Wow. Gut. Okay. Ähm. Dann. Ja. Wow. Ah, gut. Wir sind jetzt hier. Vorwärts, Möller. Wir sind fast beim Turm. Tö. Ähm. Ah, jetzt halt. Nur antippen. Nice. Jetzt kommt Soldaten. Schilder halten. Rechts, rechts, marsch. Okay, das ist geil. Dann kann ich nicht vieler werfen. Wir sind hier. Schließ die Lücken! Halten, Männer! Halten! Los! Männer! Keine! Bestudo halten! Rückzug! Rückzug! Schlappt aus! Und jetzt zerstören wir diesen Turm, Männer! Bewegung! wieso der turm zerstören das ist euer turm speicherpunkt jeder ist das gegengewicht an ich gehe nach oben und löse die kattensperre da sind wir die macht was schon ist er hoch legt den hebel um sehr schön ja ja hier waren Oh je, das macht richtig viel Spaß. So, einfach mal mitten im Kampf das zu machen. Au, okay, vielleicht war das eben zu gewollt. Achtet, das war gerade ein Wasserhandel. Oh, ich sollte während dem Kampf nicht. Ähm, nicht auf den Schöpcher. Nee, so würde ich nicht mehr. Ich bin viel bescheuert. Entschuldigung. Das sind, also die mit den Helmen sind schon ein bisschen bessere. Ja. 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 Ja, ja. Ich glaube, ich habe einfach keine Pilar. So, Pilar. Okay. Gegengewicht in Position! Was? Los! Wie da jetzt nur noch heile, ähm, Schiffe da sind. Okay. Macht er jetzt wirklich einen auf? Okay. Ansprache? Achtung, Männer! Hä? Ein mutiger Mann. Durchlebt den Tod. Einmal. Feindlinge. Immer wieder. Jetzt haben wir das Blut. Dieser Barbaren vergossen. Wissen jetzt, dass sie bluten wie wir. Bereit! Und los! Wo wird's? Okay. Okay. Geilter! Vorbekannt! Ein bisschen dickes D-Day, oder? Nein! 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 Äh, wohin? Achso, ich konnte links bleiben. Ja! 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 Aaaaah, Pachetaste. Aaaaah, Pachetaste. Aaaaah, Pachetaste. Aaaaah, Pachetaste. Sooo, chill von hinten. Ich, ich hab gerade leer. Aaaaah. 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 So. Wow. Das hab ich übersehen. Nee, ich hab ihn doch schon mal getötet. Äh. Ich mach hier einfach. Unmütlich gute Typen. Nein, nicht da hinten. Nein, nicht da hinten. Hat er sich gerade mit dem Arm hingesteckt? Ja. Unsere Flotte wird zerstört. Wir müssen diesen Turm außer Gefecht setzen. Ah, hier ist wieder. Au. So. Ah. Was hat denn der, der Römer gerade gemacht? Armhammer. Ah. Ah. Entschuldigung. Äh, Fehler. Äh. Versuche weiter. Ausweich gewach. Wer verleten. Geottab. Halt. Los Bewegung. Hider bereit. Leer. Schilder Männer. Schilder Männer. Geottab. Standabel. Die schilder. Also da. Schilder. Schilder. Heif Männer. und jetzt los geht's das macht Spaß nice Nice. So. Nochmal weiter. Speicherpunkt. Los, los, los. Und was wird die Falle gemacht? Die Schneelsenkel. Ja, die Schneelsenkel. Wo muss ich denn hin? Ah, Entschuldigung. Ich, ich kann den zurücklaufen? Krass. Was schreit denn da die ganze Zeit? Und von der anderen Seite geht's auch. Alter. Warte, warte, warte. Komm ich da irgendwie hoch? Okay. 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 The Emperor and Komlis have made enemies. So many enemies.